Seid gesegnet! Nach meiner ersten Klangreise habe ich mich selbst und den göttlichen Energiefluss in meinem Körper intensiv gespürt. Als ich die erste Nacht mit meinen neu erworbenen Kristallschalen unter meinem Körper schlafen ging, wurde ich so energetisiert und aufgeladen, dass ich lange nicht einschlafen konnte, sondern einfach nur genießen. Die wundervolle, reine Energie der Kristallklangschalen möchte ich an Euch weitergeben, gemeinsam mit den Frequenzen und Tönen meiner Stimme, meiner Gabe. Schon seit ca. 10 Jahren wurde mir von mehreren Seiten gesagt, dass ich meine Stimme mit der Welt teilen soll, und es wurde mir gesagt, Du bist hier, um die Herzen der Menschen zu öffnen. Ich wusste und spürte, ich kann anderen heilsame und erhebende Energien übertragen, und ich spürte die hohen Schwingungen, die beim Tönen und Singen durch mich flossen. Zwischendurch habe ich mein Leben ganz meinen wundervollen Kindern gewidmet. Da Heilung und Bewusstwerdung gerade jetzt so wichtig sind, möchte ich zeitgleich endlich diese Gabe teilen und dadurch auch Euch Gutes tun. Endlich ist der Weg des Wirkens meiner Bestimmung geebnet, und ich danke für alles, was dadurch ins Fließen kommen kann. Alles Liebe und genießt. Alles Liebe und beeinflusst. Amen. Christ is born in me. 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 In my being. Holy. 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 We are. Holy. 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 Breathe. 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 Perfect. Harmony. In mind. In mind. In mind. In mind. In mind. Be. In mind. In mind. Holy. Holy. We are. Holy. Holy. We are. Holy. Holy. Untertitelung des ZDF, 2020